Und ich begrüße auch wieder recht herzlich den lieben werden Zuschauer auf YouTube zu dieser, ich weiß nicht, ob es die letzte Folge von You wird, eventuell die vorletzte, aber ich denke, wir haben es so ziemlich bald durch. Ich gehe mal auf die Karte, denn wir können mich jetzt direkt wieder, ach guck mal, hier haben wir von uns schon zwei, hier können wir noch fünf kriegen, aha, da haben wir noch nicht alles, aber wir gehen jetzt hier zur, wir gehen jetzt in die Universität. Hallöchen Sumata und vielen lieben Dank für die Bits, vielen, vielen lieben Dank. Hallihallo, Hallöchen Sumata. Ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. So, wie geht's hier rein? Heute erstmal nur wieder ein bisschen, was ist das hier? Lul. Ja, Trotteln, ja, oh, wir können die Trotteln bewegen. Das finde ich gut. Ähm, so. Es gab, es gab heute, oder, oder gestern, äh, 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 oh, haha, vielen lieben Dank erneut. Es gab heute, heute, heute Abend, oder gestern Abend, ähm, gab's, äh, deutscher Zeit, auch, äh, einen Stream, ähm, mit, äh, äh, Alien Isolation, weil der Stream morgen ausfällt, höchstwahrscheinlich. So. Ich brauche alle, äh, Alerts von normalen Chiern. Ich weiß gar nicht, wie ich die einstelle, ach, ich weiß gar nicht, wie ich die einstelle, für ganz normale Chias. Muss ich mal machen, ich, ich guck mal. So, ich bin jetzt hier genug rumgesprungen, ich finde das so lustig, dass wir die bewegen können, ich mag das. So, dann gehen wir mal da runter. Da fegt einer, das ist bestimmt der Hausmeister. Hier ist ne Kert, äh, an. Ist hier, das ist doch, ist, ist das nicht, ist das nicht ein, vielen lieben Dank erneut, hihi, ist das nicht ein, äh, äh, Spinnrad hier? Warum läuft das? Hier ist doch, setzt doch keiner dran. Aber gut. So. Gucken wir gerade ganz viele Chias rein, vielen lieben Dank. Ich muss echt, ich muss echt mal einen Alert dafür einstellen, irgendwie. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. So. Für ganz normale Chias. Hab ich doch eigentlich, glaube ich, eigentlich muss, ich muss mal gucken. Seriös, dass Zuma fast nie bei Alien erscheint. Ja, gut, ähm, kann das sein, dass er gestern Abend vielleicht was Besseres vorhatte, zum Beispiel schlafen oder so, ich weiß auch nicht. Und, ähm, morgen fällt der Nummer leider aus. Letztes Mal war er doch auch dabei. Er war doch dabei letztes Mal. So, ich, ich will den jetzt mal ansprechen hier. Oh, hey, du da. Du solltest gar nicht hier sein. Die Universität ist geschlossen. Die Rohre sind aufgebrochen. Und jetzt ist alles voller Schleim. Du solltest sehen, dass du weiterkommst. Schleim? Why? War, war Tom etwa hier? Ach, guck mal, hier sieht man auch, wenn, wenn ich hier langläufe, da laufe, dass es ein bisschen was hochklatscht. Ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube, Tom war hier. Ach, du warst gestern Abend auch dabei, Sumata. Ach so, okay. Dann hast du ja auch mitbekommen, wie ich erst mal, wie ich wieder so, so ein bisschen am Verzweifeln war. Ich, ich leck mich ja voll mit diesen blühen Trotteln ab. Ich, so. Ich habe echt leider keine Zeit. Nein, es ist, es ist doch auch okay. Es ist doch auch vollkommen okay, Sumata. Alles cool. Ach, schön. So, ich gehe mal weiter. Ach so, du warst gedrückt. Ach so. Alles gut. So, na gut, wir gehen mal hier rein. Ähm, was ist damit? Sterben wir davon? Ich muss es probieren. Ach ne, ich habe gedacht, wir sterben davon. Ach so, ähm. Vielen Dank. Warte mal, ich glaube, wir müssen den erst mal gelb einfärben. Und dann müssen wir mal blau wegmachen. Warte, ich mache grün. Ne, wir müssen blau, 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 blau. Wir müssen den nämlich hier raufschieben. Damit man da durchkommt. Und jetzt? Machen wir gelb, oder was? Moment, ich muss mal gelb machen. Ach so, hier ist ein Weg. Ach so, that's why. That's why. Warte mal, warte mal. Ach cool, ich sehe gerade. Sumata hat ein neues Abzeichen bekommen. Hihi, herzlichen Glückwunsch. So, oh, wir haben noch einen Brief. Being back at the university has surfaced many memories here. I remember taking you to lectures. You would crawl to the front of the hall when I wasn't paying attention. Dr. Grey would look down from his lectern. And all his seriousness and authority would wash away. He would pick you up, walk over, and return you to my arms with a smile. Love cannot be measured, Hugh. Like colour, it exists inside of us. I buried it. I buried the love that I had for my own ends. I hope after all this, you will see my mistakes for what they are. Yours lovingly. Man, let's just look at it. The Fatina heißt das Abzeichen. Passend, nachdem ich gestern eine Gehaltserhöhung klar gemacht habe. Und bei dem Chef... Hey, wie cool. Sehr cool. Aber auch dafür herzlichen Kunst, super Tata. Das ist natürlich super cool. So. Okay. Ich habe jetzt natürlich überhaupt nicht richtig aufgepasst, was sie erzählt hat. Es ging um Liebe bei ihr natürlich wieder. Was ist hier los? Ähm. Hä? Moment. Brauchen wir Marot mal weg? Wieso werden wir nicht gelb? Ich würde mich auch gerne einfärben, wenn es geht. So. Ähm. Aber wir müssen... Wir müssen das einfärben, oder nicht? Warte mal. Jetzt aber auf gelb. Ach, warte, warte, warte. Perfekt. Mist. Der kommt nicht ganz hoch. Aber... Warte, wir können das aber runterholen. Warte, 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 warte. So, warte. Äh. Ist das grün? Ach so, das ist grün. Ach. Das habe ich natürlich gar nicht so richtig... Ich habe gerade... Ich habe das für gelb gehalten. Tut mir leid. So, warte. Ah. Oh. Oh, ich habe das für einen Einfärber gehalten. Das ist... Okay. Oh. Oh Gott. Wie komme ich jetzt noch mal raus? Sag mal. Hä? Oh Gott. Äh. Doch, so. Das ist ja gar keine Farbe. Das ist ja schon wieder so ein blöder Laserstrahl. Mensch. Ich habe das voll verpeilt, ey. So. Ja, Sumata wurde vor kurzem erst befördert. Das ist so richtig. Er hat es halt drauf, weißt du? Er hat es halt drauf. Er hat es befördert und jetzt direkt schon wieder eine Gehaltserhöhung. Läuft halt, ne? Läuft. So. Wollen wir kurz grün, ob wir hier durch können. Ähm. Dann kann das wieder runter. Hallo? Runter. Und dann machen wir blau. Jetzt ist die Frage. Wir müssen ja wahrscheinlich da runter schaffen. So, warte. Und zwar brauchen wir mal kurz grün. Äh. Äh. Ja. Hä? Hier muss ich ja gleich nochmal. Jetzt brauchen wir gleich. Oh. Oh. Aber. Geht das denn? Dann wird das ja direkt grün. Ich guck mal. Was? Oh. Vielleicht hätte man es nicht grün machen müssen. Egal. Es ist grün. Warte. Äh. Aber das ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, es ist ganz gut gerade. So. Warte mal. Wir brauchen das nicht mehr grün. Das ist die zweite Anpassung in einer relativ kurzen Zeit. Sorry. Ah. Okay. Ich habe meinen Chefs klar gemacht, dass die erste Erhöhung zu wenig was für das war. Was ich... Ach. Was so der Leicht ist in Zukunft. Achso. Hm. Die Chefs haben mir recht gegeben. Ah. Cool. Nice. Lul. Perfekt. So war das halte ich schon rot. Jetzt wollen wir blau. Jetzt können wir nämlich hier rüber. Aha. Oh. Und ich war clever. Shit. Hä? Hm. Okay. Okay, 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 okay. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das? Ich glaube, okay. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Äh? Ähm. So. Dann wird das wieder. Ah. Ach doch, wir können da raufspringen. Doch, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab's Kraft. Wir können hier hinten raufspringen. Dann passt das. So, läuft. Äh, hier ist wieder Farbe. Eigentlich ist es Farbe. Äh, warte mal, wir brauchen den da unten. Und zwar... Müssen wir erstmal orange machen, damit wir den runterkriegen. So, what happens here? Das Problem ist halt nur... Warte mal. Ähm. Wait. Ich brauch mal kurz Pink. Dann schiebe ich das nämlich hier rüber. Weil ich gut bin. Dann muss das Zug werden. Und dann macht man nämlich Zug. So. Was war das? Oh, warte. Ich hab aber nicht irgendwas zum Einsammeln, oder? Nee, nee. Ich glaub nicht. Wieso war der Schlüssel schon wieder da? Okay. Da ist wieder eine schöne Statue. Na da. Da, 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 da. Angefangen nicht als... Da war der Fläger, da, 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 da. Bestellte, da, 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 da. Bestellte, da, 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 da. Oh, schön, schön. Cool. Äh. Voll nice. Voll cool. Das ist sehr cool, Sumata. Ich hab's grad mal, ich hab's grad mal genesen. Was? Was? Chevrolet? Was soll das sein? Chevrolet? Heißt der so? Hallo, Chevrolet? Äh, okay, warte. Oh Gott, was ist... Okay, was? Was soll mit denn hier... ... hier tun? Okay, warte. Ich glaub, wir müssen den erstmal da wegschieben. Oh, wie machen wir denn das? Äh, okay, warte. Ich mach den erstmal da drauf. Da richtig was auf die hier gerade tun müssen. So, jetzt müssen wir... Okay, warte, 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 warte. Also, erstmal... ... brauchen wir jetzt... ... dieses. Und dann... ... können wir nämlich das hier... ... perfekt. Das sieht schon mal gut aus. So. Wir haben vier Beförderungen in knapp 2,5 Jahren. 3,5 Jahren. Hä, aber krass. Hä, ist echt krass. So, warte. Ähm, wir können... ... jetzt erstmal gelb machen. Obwohl gelb doof ist. Warte mal. Ich geh mal auf... ... rot, das ist auch Quatsch. Erstmal mach ich das hier. Und dann... ... mach ich grün. Perfekt. Das Problem ist jetzt folgendes. Äh, wir müssen irgendwie da durch. Oh, ähm... ... und wenn wir aber das Gelbe jetzt wegmachen... ... dann killt uns der Strahl. Okay, das ist jetzt ein bisschen... ... okay, das hab ich falsch angegangen. Ich hab, wir müssen jetzt erstmal draufgehen. Oh nein, geht gerade. Cool. Ähm... Oh Gott. Aber jetzt gleich nicht mehr. Warte. Ja, genau. Der ist nämlich direkt da. Alles klar. Ähm... Okay. Äh... ... also gelb sollte der nicht sein. Rot wär ganz gut. Ich glaube, rot wär ganz gut. Vielleicht wenn ich ihn jetzt raufschiebe... ... müssen wir direkt erstmal rot... ... ich mach direkt erstmal rot. Möchte rot machen. Das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Ich glaub, der muss rot werden. Warte, ich schieb die Kiste aufs Laufband... ... und mach blau. Blau? Jetzt überlege ich aber... ... wenn ich dann aber den blauen Strahl weghaben will... ... dann killt uns der rote ja wieder. Dann kommt der oben raus... ... und wird... Achso, oh. Warte, ich schiebe aufs Laufband... ... und mach blau... ... dann kommt der... ... oben raus... ... und wird rot. Okay, warte. Also so... ... oh. Ja. Nee, ja, genau. Warte. Guck mal. Haha, cool. Ist schon so. Ähm. Genau. So. Genau, dann können wir jetzt nämlich... ... Orange machen. Ja, und dann... ... so. Perfekt. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Ja. Gelb. Perfekt. Sehr gut. Ähm, dann können wir nämlich hier jetzt einfach rot machen... ... weil wir nämlich ja auch hier wieder zurück müssen. Super. Das hat schon mal geklappt. Ja, 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 vielen Dank, super. Ja, ja, vielen Dank für den Tipp. Ich hab wahrscheinlich so wieder ewig gebraucht, obwohl... ... ich war, glaub ich, sowieso schon auf dem richtigen Weg. Trotzdem vielen Dank. Da warst du etwas schneller im Denken als ich. So. Aber gut. Wer in dreieinhalb Jahren, äh... ... hier... Wie viel Beförderung es waren? Vier. Wer in dreieinhalb Jahren vier Beförderung schafft... ... der ist im Denken schneller als ich. So. Da unten haben wir wieder Dinge. Der geht da auf. Der geht da auf. Wir wollen erstmal den Schlüssel. Aber das Problem ist jetzt... ... warum... ... haben wir diese Farben da unten? Dass irgendeine Bewandte ist. Ich mach mal ganz kurz so. Dann mach ich mal rot. Nein, rot! Oh! Oh, warte, 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 warte. Ja, ich wollte ja auch rot machen. Ach, Mensch. So, pass auf. Lila? Dann rot. Und dann... ... jeder Lila. Warte, wieso sind... ... ja, Park und dener Treffers auch von 225? Wie sieht das irgendwelchen Special-Effekten aus? Äh, ich glaube nicht. Ich weiß. Eigentlich nicht. Ich hab den... ... ich hab das nur halt runtergenommen. Einfach den Preis. I don't know. Eigentlich wollte ich auch 222 machen. Aber das ging nicht einzustellen. So. So, warte. Äh, bumm, 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 bumm. Huh! Äh, oh, warte. Wir brauchen einfach noch blau. Nee, warte, warte. Shit. Oh, shit. Shit. Hä? Warte. Warte, warte, warte. Ja, okay, ich bin tot. Egal. Äh, ich hab ne andere Idee. Ich hab ne andere Idee. Warte mal. Wir machen... ... die Kistchen. Hier wird gern... Achso, naja, ist ja egal. Pass auf. Äh, und zwar... ... einfärben. Ich hab die erstmal ein. Wo war das? So. Okay, ähm... Moment, der muss noch wieder hoch. Ich hole erstmal die Kiste da runter. Ich muss jetzt mal überlegen... ...wie wir das jetzt machen. So, jetzt kriegen wir nämlich... ...kriegen wir nämlich im Prinzip... ...ich will die mal ganz kurz... ... auch ein bisschen woanders noch hinziehen. So, krass. Ähm... ... 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 Was passiert, wenn ich das jetzt so mach? Warte mal, wenn ich auch Rot mach, aber dann sind wir dann tot. Oh, das war nicht so eine gute Idee. Warte mal. Oh, ist das schön. Okay. Ich hol die mal erstmal beide nach unten. Das kann Sinn machen. Ich hab die erstmal ein. Warte. Ich hab die erstmal ein. So. So. Warte mal. Äh, warte mal den... Warte mal noch runter. So. Dann kann... Das wieder hier hin. Eventuell müsste das eigentlich an die andere Seite. Aber den können wir hier nicht rüberziehen. Wir können die also nur so einfärben. Okay. Hallihallo... Hallihallo, Hallihallo, G7. Freut mich, dass auch du mal wieder mit dabei bist. So. Wie geht's euch allen heute so? Ich frag jetzt einfach mal so in die Runde. Ich hab's gut. Ähm... Vor allem Jane, wie geht's eigentlich deiner Erkältung? So, warte. Wenn wir das jetzt hier runterholen... Dann muss ich auch kurz gucken. Das Problem ist... Wenn wir jetzt... Wenn ich jetzt so mach... Und dann mach ich blau... Blau! Mann! Spiel! Spiel. Schlimm. So, dann... Die ferns jetzt mal wieder ein... Weil es ja so viel Spaß macht. So, hallo. Ja. Ähm... Komm mal nach unten. Dann kannst du auch wieder kurz nach unten kommen. Controller empfohlen. Aber das Problem ist, ich komm immer auf die falschen Farben. Das ist so. Weiß auch nicht. Ähm... Warte. Wie hat ihr das gemacht? Erstmal... Das. Und wenn ich mich jetzt aus... Blau... Aqua... War das? Aqua gear. Dann nach da. Dann auf Lila. Ha! Geil! Super! Wo war ich eben auf blau? Das scheint... Rot wäre besser gewesen. Nein! Aber ich war schon mal weiter. Meine Herren. Einfärben. Immer dieser Rätselspieler. Trimpe. Trimpe. So. Na. So. So. Dann wieder. Das. Dann blau. Dann einmal nach drüben. Und einmal auf... Farbe. Dann holen wir den Schlüssel. auf Rot könnte ich machen tatsächlich. So. Perfekt. So. Dann wieder so. Dann wieder blau. Und dann... Erneut... Auf Lila. So. Geschafft. Sehr gut. Nach wie viel versuchen. So. Hä? Ich kriege die Sache nicht eine von... Ich bin böse. Ich mach mal kurz alles kaputt, ne? Juhu! Randale in der Uni. Geil! Ist eh geschlossen. Stirrt bestimmt kein. Kommt man hier irgendwas... Kommt man hier irgendwas kriegen? Da oben doch. Guck mal, oder? Kann man da was kriegen? Da hängt doch irgendwie was. Können wir hier irgendwie... Können wir da hoch? Oder... Nee, nee. Da kommen wir nicht hoch. Ich will irgendwo raufklettern können. Warum geht das nicht? Können wir hier irgendwas verschieben? Nee. Würde auch keinen Sinn machen. Ich würde gerne... Können da nirgendwo drauf. Okay, dann ist das hier... Ich weiß nicht, wofür der Raum dann gut ist, ehrlich gesagt. Ich hab keine Ahnung. Um Trophäen kaputt zu machen. Ich weiß es nicht. So. Was haben wir hier für einen Raum? Ähm. Okay. Können wir hier blau machen? Ah. Okay. Okay. Und dann hier durchschieben. Aber das... Hm. Aber dann kriegen wir ja nur einen weg, ne? Können wir noch an den anderen ran? Somehow. Oder... Oder... Warte mal. Hallo. Ah, ich will den mitnehmen. So. Ich muss den mal kurz nochmal blau machen. Weil, ähm... Möchte da mal rauf. Oh, das ist aber... Hm. Okay, warte. Warte. Das ist ne dumme Idee. Okay. Ich geh mal nochmal kurz drauf. Ähm. Wir müssen den, glaub ich, erst... Aber der muss blau werden. Weil der sonst nicht hochkommen. Wenn wir jetzt hier orange machen, dann ist der ja... Okay. 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 Der muss schon da rüber. Aha. Wir können den aber... Wir können den aber... So machen. Pass mal auf. Der muss ja nicht blau werden. Und dann... So. Und dann... So. Können wir mich jetzt so machen? Kommt da hoch. Äh... Und so. Nein, so. Danke. Question ist jetzt. Wie macht man das jetzt? Jetzt. 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 Wir müssen jetzt irgendwie auf die andere Seite. Aber es ist auch kein Problem. Denn... Da haben wir es jetzt weggeschoben. Jetzt kommen wir da ja... So, warte. Können wir ja rein theoretisch... Jetzt auch blau machen. Dann machen wir den nämlich hier so. Dann können wir den nämlich hier runter schieben. Tadam. Alles klar. Gut. So, warte. Dann können wir nämlich... Ah, ist gut. Super. Wunderbar. Können wir das nämlich so machen? Äh... Dann müssen wir den anderen darüber schaffen. Irgendwie. Warte mal. Warte. Das kriegen wir ganz einfach hin. Das müssen wir ja auf der anderen Seite. So, jetzt können wir den nämlich... Auch mit nach drüben schieben. Oh. Warte mal. Ähm... Oh, äh... War das jetzt wieder dumm? Aber... Was das Problem ist? Ja. Ähm... Okay, warte mal. Shit. Äh, der... Warte mal. Ich packe den da hin. So, ich kann mal probieren, dass wir den jetzt hier hinschieben. Und rein theoretisch sind wir jetzt trotzdem geschützt. Und dann... Können wir den nämlich auch hier rüberschieben. So. Dann... Genau, kann der nämlich auch mitkommen. So. Äh, und jetzt? Achso. Hier von draußen. Was denn du? Okay. Oh! Okay, da... Oh, das war irreführend. Wow, ist... Vielen Dank! Vielen lieben Dank, Sumada. So. Was wollte ich jetzt gerade? Genau. Ich bin jetzt bei mir bald in den, äh, Laserstreiche gelaufen. Weil hier unten ist Farbe gewesen. So. Und nochmal vielen Dank. So. Oh, Scheibe! Scheibe! No, why? Hä? Okay. Wir haben schon wieder so eine Indiana Jones Aktion. Why? Warum denn immer? Was hat denn dieses Spiel davon nur? So, warte mal. Ich mach mal gleich so. Nein, fuck. Ähm, aber das... Okay, warte, 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 warte. Das Problem ist jetzt... Achso, wenn das hier unten eingefärbt ist. Stimmt, der ist grau gerade. Der hat gerade keine Farbe. Und wenn der hier unten ist... Warte mal. Kennen wir das rein theoretisch? Kommt der dann auch? Kommt der jetzt? Oder müssen wir erst da oben sein? Müssen erst da oben sein, ne? Shit, okay. Das ist eine kleine fiese Sache hier. Weil das immer mit dem Controller nicht so funktioniert. Wie es soll. Das ist natürlich... Du verarschst mich! Hä, jetzt kommt der runter. Was ist da los? Mann. Warte. Ich brauch da doch ein bisschen Zeit. Hallo? So, warte. Warte. Hm. Dann lauf ich nicht. Oh, shit. Das meine ich, Alter. Der Controller reagiert immer... Ich glaube, der ist zu sensibel. Der soll eigentlich bei den Farben, wo ich hinzeige, stehen bleiben. Tut's aber nicht. Warte mal. Kann ich vielleicht hier eventuell schon... Ach komm, ernsthaft? So, warte. Nein! Komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Oha. Oha, nein! Warum mach ich denn das schon? Der muss doch ja... Der muss doch erst eingefärbt sein. Mano! So, warte. Okay, warte. Ähm. Ja, die Kugel, ne? Die macht mich... Oh! Das hat mich gerade voller Schocken, weil ich in den Laser gerannt bin, ey. Meine Güte. So, warte. Ich mach das jetzt schon mal weg. Dann geh ich nämlich hier hin. Dann kommt die Kugel. Na. Dann mach ich so. Dann mach ich so. Und dann mach ich so. So. Perfekt. Hat dann doch irgendwie noch geklappt. So. Na. Na, hallo. Gibt's hier nichts zu finden? Hier soll's doch eigentlich noch vier, vier so Reagenzlesser geben. Ich hätte schon gerne noch ein paar. Hallo, Vogel. Ah, guck mal, Goethe. Guck mal, Goethe. Das ist Goethe. Dann war das andere auch ein richtiger Name. Aber ich hab keine Ahnung gehabt, wer das war. Das ist Goethe. Okay. Jetzt muss ich überlegen. Ist generell eingefärbt. Wir können aber hier durch. Warte mal. Oh, ist das fies. Da braucht man nachher das Gelbe für. Glaub ich. Ich weiß es nicht. Ähm. Wollen wir da? Müssen wir auch wieder einfärben. Oh, herrje. Das ist so ne ätzende Nummer. Warte mal. Warte. Wir können den aber auch so jetzt können wir den nämlich weg machen. Dann ist da oben nämlich im Prinzip offen. Aber wie kommen wir da hoch? Da brauchen wir jetzt Aber das ist dann zu, oder? Wenn wir den hier runterschieben. Oh, shit. Hä? Hier muss auch auf. Oh, Alter. Was ist das denn? Okay, warte. Wir können aber. Wir können aber. Jetzt ist es grün. Ah. Oh, das verändert sich in der Farbe, wie die, wie die, wie die Hüpfer da oben sind. Das ist ja interessant. Das ist ja höchst interessant. So. Jedenfalls müssen wir jetzt da rüber. Und dann nach da, warum auch immer. Was bringt uns das? Was bringt uns das? Ah. Das bringt es uns. Ich verstehe. Okay, dann haben wir den. Jetzt müssen wir nämlich dann überlegen. Ich werde den erst mal da runterholen. Warte mal. Musik erinnert mich manchmal so ein bisschen an Zelda auch. Was ist gerade? Äh. Ja. Nö. Okay. Cool. Äh. Ich mach mal kurz ein Brot, damit wir hier auch runterkommen. Hallo, Brot. Genau, runter. Okay, pass auf. Wir müssen den wieder nach darüber schaffen. Und dann der Blau muss auch Grün werden. Warte mal. Wir müssen den nämlich da durchschieben. Wenn Grün passt, das müssen wir dann erstmal rauskriegen. Wegen der Farbe. Das muss ich gerade mal überlegen. Ähm. Warte, 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 warte. Huch. Das fand ich wichtig. Da war es die Idee, die ich hatte. Warte, das stimmt ja. Das geht ja nicht. Oh, ähm. Wenn wir Grün machen, geht hier alles zu. Wenn wir Rot haben, funktioniert das alles nicht. Oh, Alter. Wir haben die jetzt in Grün. Wir müssen aber erst hier durch. Okay, warte mal. Na. Nein. Shit. Ich bin einfach zu langsam. Wir müssen es halt wegfallen lassen. Und wenn wir die Blau machen, bringt das was? Aber dann bringt das... Nee, das bringt ja nichts. Dann ist er da... Wenn wir nämlich die Blau haben, dann ist da hinten ja zu. Die müssen schon eine andere Farbe haben. Okay. Gelb ist halt da oben, das ist Kacke. Hier, warte. Ich mach erst mal blau. So. Oh, 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 oh. Ganz knapp geschafft. Alter, wow. Okay. Kann mal weiter. Und wir sind hier. Okay. So, wie geht's hier? Das ist erst mal Farbe. Was denn da bringt das? Was macht das? Was macht das? Ja, ne? Was bringt uns das? Das Grün? Ich glaub, das ist Grün, ne? Und jetzt? Das ist ja irgendwie interessant. Oh, da braucht man definitiv auch nochmal wieder für irgendwas. Ich esse übrigens heute nebenbei Bananen-Chips. Schmecken anfangs irgendwie ein bisschen weird. Aber wenn man sich gewöhnt hat, geht's irgendwie. Ich muss doch kurz überlegen. Das produziert gar nichts. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hoch. Ähm, bleib mal auf Grün. Ich brauch nochmal kurz Pink. Au. Oder auch nicht. Warte mal, da war Dings. Warte mal. Ein Dings. Hm, und zwar. Hier ist so ein Rotes. Das hab ich voll, voll, voll übersehen. Aber die Frage ist jetzt. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Hm. Ähm. Wringst du das, wenn wir das einfärben? Nee, nee. Oder warte, doch, vielleicht. Warte mal. Ah. Ah, warte. Ey, komm mit. Rein theoretisch. So. Oh, den können wir doch nicht runterschieben. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Bringt uns das was? Nee, nee. Nee. Oh, okay. Hm, warte mal. Okay. Das Problem ist halt, sobald wir das... Obwohl, wenn wir das jetzt Pink machen, sollte das eigentlich gehen. Ja, perfekt, cool. Geht doch. Guten Morgen auch dir, Kaffee-Gott. Herzlich willkommen. Und es freut mich, dass du dabei bist. Wie geht es dir denn so heute? So, warte mal. Jetzt müssen wir hier wieder gucken. Äh, gelb ist Quatsch. Weil, wenn wir jetzt gelb machen... Ja, gelb ist Quatsch. Äh, wir machen mal eine andere Farbe. Und färben das bei Grün. Nämlich dann... Oh, blau ist besser. Oder? Ich glaube, blau ist besser. Wir müssen den doch blau machen. Ich frage immer, wie geht's? Und ich werde voll ignoriert. Was ist denn da los? So, das haben wir. Was mache ich denn? Ich hätte daraus bleiben können. Ich bin nicht mehr clever. Cool. Ich bin, äh, ja. Ich bin clever. Ich mach mal, sag nochmal. Gut, müde. Ähm. Ja, müde. Ist ja auch noch... Ist ja auch noch relativ... Bei mir? Geht. Dafür, dass ich, äh, heute schon... Um vier aufgestanden bin. Weil ich einen, ähm... Einen... Ausweich-Stream für morgen gemacht hab. Geht's. Ich hab auch zwischendurch schon, schön, ähm... Meinen Vortrag, meinen, äh... Einen Vortrag für Montag vorbereitet. Läuft. Von daher bin ich relativ wach jetzt gerade. Ähm, wie geht das nochmal auf da? Geht das auf? Höh. Da mit... Mh. Mhm, mh, 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 mh. Aber... Okay, warte. Warte. Vielleicht können wir einen davon verschieben. Warte. Wenn wir... ...den jetzt nämlich runterholen. Okay. Können wir den... Können wir nicht verschieben. Oh, das wär doof. Hm. Wie machen wir denn das damit? Geht eigentlich trotzdem, oder? Warte mal. Hm. Nein, theoretisch. Aber irgendwie auch nicht. Okay, warte. Wir müssen denen eine andere Farbe geben. Das macht sonst wenig Sinn. Dann machen wir es nämlich so. So, warte. Rot ist auch kacke. Wir brauchen blau. Wir brauchen blau. Weil das am sinnvollsten ist. Und jetzt müssen wir erstmal rot wegmachen. Damit wir ihn weiterschieben können. Das Problem kommt jetzt. Nein! Ah, fuck it. Hm. Hä? Okay. Geht das denn mit... Das geht doch gar nicht mit Rot. Das geht doch gar nicht mit Rot. Aber geht das mit Grün? Geht das mit Grün? Wir müssen dann eigentlich nur wieder irgendwie da raufkommen. Das ist das Problem. Boah, Alter. Was? Ich komm da schon wieder... Ich bin schon wieder... Ähm... Ich glaub, äh... Ich esse zu viele Bananen-Chips. So. Hier rot ist Quatsch. Weil... Das Problem ist... Dass wir zwar hier hochkommen... Aber sobald wir runter machen... Das ist hier zu. Ja, nee. Das schaffen wir nicht. Hm. Was dann? Und ich hab gedacht, wir schaffen das Spiel heute. Ach. War ich ja optimistisch. Etwas zu optimistisch. So. Rot ist auf jeden Fall Quark. Grün ist auch Quark. Ja, mit Grün müssen wir wieder auf die andere Seite irgendwie rüberkommen. Und das wird nicht. Wir brauchen blau. Hm. Ich hab ne Idee. Ich habe... Keine Idee. Wir machen jetzt gelb. Nee, gelb. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. So, hoch? Warte, warte. Ach, da oben. Was ist auf? Okay. Was ist das denn? Ulkiges... Okay, warte mal. Der Hebel macht wahrscheinlich aus. Ja, der macht aus. Ja, der macht aus. Hier, geht mal auf ne Seite hier. Okay. Dann haben wir die erstmal hingestellt. Haben wir noch irgendeine andere Sache? Nee, ne? Kommen wir denn da hoch? Ich hab eine Idee. Warte, warte, warte. So, vielleicht. Streiten sie jetzt ein bisschen. So, und jetzt? Wie war jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Nee, halt. Wir müssen ihn auf der Reite noch kriegen. Hm, okay. Das müssen wir anders machen. Warte, dann muss der hier hin. Das Problem ist, die sind halt relativ nah da, ne? Und das bringt uns auch nichts weiter. Wir kriegen aber auch nichts anderes da gerade raus. Okay, wir müssen da doch... Wir müssen einfach da mitfahren. Pass mal auf. Wir müssen einfach mitfahren. So. Ähm. Okay, warte. Wie geht denn das zu? Achso, jetzt müssen wir das so machen. Nein, natürlich muss es orange sein. Es war so klar. Okay. Es muss natürlich orange sein. Okay, wir müssen... Okay. Okay, gut. Wir müssen sich doch anhalten. So. Aber eigentlich müssen wir zur anderen Seite, ne? Oh Mann. Weil... Das solche kommt jetzt weg jetzt. Warte. Ja, warte. Das hat überhaupt keinen Sinn. Oh, wow. Ich... Äh... Hm? Hm. Eventuell... No. Der muss kurz zur anderen Seite. So, warte. Warte. Fuck, jetzt war das nicht geplant. Ach Mann. Ich warte nochmal zurück. Mann, das soll anders sein. Mensch. Mach mal bitte nur... Eure Seiten jetzt. So. Jetzt... Machen wir... Machen wir... Das weg. Dann könnt ihr hier hin. Dann machen wir... Blau. Magbar. Das geht doch jetzt schon wieder nicht. Ja, obwohl es geht doch so ein bisschen nervig. Dann machen wir... Weil ich nicht auf Art war. Da ist er schon wieder auf Blau gegangen. Alter. Was ist denn das immer? Oh, Menno. Controller. Echt, ey. Controller empfohlen. Von wegen. Meine Güte. Wir müssen erstmal jetzt wieder... Jeder an der Seite machen. So. So. Was machen wir? Aqua weg? Warte. Felschmodus incoming. Naja, noch nicht ganz. Das ist nur ein bisschen nervig, aber... Ne. So, warte. Jetzt auf diese Farbe. Okay. Okay. Aber das geht doch schon wieder nicht. Ja, das ist ein bisschen verrückt. Alter, wie soll denn das funktionieren? Ne, die. Aber die wird... Ne. Warte, warte. Ich mach einfach mal. Oh, warte. Was ist das noch? Oh, das war jetzt Quatsch. Äh, ich hoffe, wir gehen gleich eine neue. Pass mal auf. Ich will aber nicht zerquetscht werden. Da ist sie. So, ähm... Ich glaub, das war schon gar nicht die schlechteste Idee, die ich jetzt gerade hatte. Krieg mal kurz einen Schluck. So. Ähm. Okay, warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mensch. Ich schieb ihn erst mal wieder da. In der Fall. Äh, okay. Äh, wo müssen wir jetzt hin? Hier, ne? Ja. Jetzt hat geklappt, komischerweise. Wisst ihr, jetzt kann ich ihn ganz rüberziehen. Also, sag mal, spiel. Manchmal, weißt du? Weiß ich auch nicht so richtig. Was bei dir Phase ist. So. Jetzt müssen wir aber wieder irgendwie da raufkommen. Das heißt, wir müssen ihn erst mal wieder zum Lauf bringen. So, jetzt können wir nämlich... Jo, ha, ha, ha. Jetzt ist es ungünstig, dass die da oben an sind. Warte. Hm. Wir haben hier pink. Warum auch immer. Wir haben hier pink. Warum haben wir pink? Why? Zum rüberziehen einfach nur? Oder, oder, oder why? Warum haben wir pink? Also, wir müssen, um die da oben auszukriegen, müssen wir den hier oben legen. Warum bleiben die natürlich direkt stehen? Aber. So. Meine Güte, hat das jetzt wieder lange gedauert bei mir. Wen haben wir hier? Maxwell. Der Name sagt mir auch was. Ja, Maxwell. Er hat einen Hund. Oh, er hat einen Hund gehabt. Oh, süß. Dann hat der Goethe aber auch einen Pudel. Ich weiß nicht. Das. Aber der Heimann. Wir. 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 Vielen Dank.